Hi, ich bin Nico Rosberg, Rennfahrer bei AT&T Williams. Ich möchte euch nun eine Runde um den Grand Prix-Kurs von Brasilien führen. Und das Witzige daran, ich verbinde mir dafür die Augen. Los geht's, nur noch schnell den Start fixieren. Okay, hier ist die Startzielgerade. Wir beschleunigen bis in den sechsten Gang und dann diese faszinierende Schikane. Sie fällt sehr tief ab und ist schwer zu nehmen. Man kippt also nach links weg und dann in diesen schnellen Rechtsknick. Die nächste lange Linkskurve fahren wir voll und beschleunigen weiter bis in die lange Gegengerade. Am Ende dieser Gegengerade bremsen wir vom siebten Gang hart bis in den dritten herunter, in die nächste Linkskurve. Noch eine lange Gerade mit Vollgas. Jetzt kommt der sogenannte Mickey-Maus-Sektor. Der heißt so, weil er ganz eng und kurvig ist. Hier eine doppelte Rechtskurve bergauf. Die wird normalerweise im vierten Gang gefahren. Also den Berg hinauf und völlig blind auf die nächste Kurve zu, die man wegen der Kuppe nicht sieht. Die nächste Kurve ist dann eine Haarnadel nach rechts im zweiten Gang. Hier muss man extrem aggressiv über den inneren Randstein fahren. Daraus geht es jetzt in eine abfallende Linkskurve. Es geht also bergab, wieder im zweiten Gang. Nach einer kurzen Geraden dann noch eine Haarnadel rechts. Zweiter Gang, dann kommt eine Passage bergab, in der wir voll hoch beschleunigen können. Bis in die letzte Kurve, die ebenfalls im zweiten gefahren wird. Aus der kommt man den ganzen Hügel wieder hoch, bis zur Hauptgeraden. Hoffentlich rutsche ich jetzt nicht vom Zeichenblatt. Und das war's. Damit ist die Runde fertig. Darauf bin ich jetzt gespannt. Hoppla. Sieht irgendwie gar nicht wie eine Rennstrecke aus. Egal. Ich hoffe, es war interessant für euch und hat euch gefallen. Schaltet am Wochenende zum Rennen ein und drückt uns bitte die Daumen. Bis zum nächsten Mal.